. Jo Freunde herzlich willkommen zu einer Folge Fortnite. Ich überlege noch, wo ich rausspringen soll. Aber ich glaube... Wir springen einfach mal hier hin. Manchmal wollen immer so viele raus. Und ja, ich weiß, dass ich in solchen Spielen nicht geübt bin. Deshalb lasse ich es lieber sein. Und jetzt springe ich dafür raus. Aber ich bin nicht direkt drunter, sondern hier hinter. Weil ich hoffe natürlich, dass da so wenig wie möglich los ist. Und das wäre die falsche Taste, das ist die richtige Taste. Ah, los, 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 los. Ich darf die Karte währenddessen nicht öffnen, habe ich das Gefühl. Aber gut, ich habe mir hier einen Marker eingesetzt. Daher finden werde ich es hoffentlich schon. Ja. Ich dachte, hier wäre wenigstens ein bisschen was. Geht aber irgendwie gar nicht so aus. Stattdessen eher... Ja. Ich habe es befürchtet. Jetzt... Wir versuchen mal... Wir schauen... Hier. Haben wir hier was? Voll. Das... Genau das, was ich wollte. Das heißt jetzt also wohl laufen. Mit hoffen, dass wir nicht in den Sturm geraten. Mal zu Lonely. Lodge. Ist hier einer? Nein, hier ist niemand. Das ist... Perfekt. Zumindest hoffe ich, dass hier niemand ist. Kann ich... Hm. Und? Bitte Zone, bitte Zone. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die müssen wir auch nutzen. Denn wir haben ja aktuell noch nichts. Noch ein... Gar nichts. Ich bin mir echt gespannt, ob die Runde was wird. Toll. Wenn ich so weitermachen natürlich nicht. Aber ohne gute Waffe will ich hier eigentlich nicht mehr weg. Weil... Die anderen, die da alle am Anten... Toll. Revolver. Na. Pistole. Haben wir aber sonst... Das haben wir auch nichts. Verdammt. Da müssen wir auch mal nichts kleinkloppen. Toll. Noch eine andere Pistole. Da ist da was drin. Raketen. Toll. Ohne Raketwerfer. Äh, Raketenwerfer. Bringt uns das aber auch nichts. Das haben wir noch 2 Minuten. 20. Ich hoffe einfach mal, dass hier was Gutes dran ist. Und ich glaube ich... Hab Glück. Ein Scharfschützengewehr. Da ist Munition. Wo oben scheint was zu sein. Also das Tanzschirm ist nicht mehr ganz so schlecht. Ja. Einen Kilo haben wir schon mal, ist nicht. Na doch. Ohne. 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 Also. Nicht schlecht. Definieren. Nicht schlecht. So richtig viel ans ist jetzt auch nicht gebracht. Und ich glaube wir sollten so langsam einfach mal loslaufen. Oh. Da hinten ist noch was. Das sieht, ähm... Halbautomatische Schrotflinde. Ja gut. Nehme ich gerne mit. Gut. Puh. Durchatmen. Ähm. Da hin. Ich hoffe es natürlich auch, dass ich es in der Zeit schaff. Aber ich müsste es eigentlich packen. Und also so. Ähm. Ich muss erst nochmal an die Steuerung gewöhnen. Ich habe noch nicht so viel gespielt. Um genau zu sein. Eine einzige Runde. Also in der ich wirklich gut war. Einen anderen. Wo ich dich mal direkt von jemandem weggemacht. Und das sieht gar nicht so weit weg aus. Ne. Sieht viel weiter weg aus als es eigentlich ist. Zone. Da hat gerade mein Handy vibriert. Aber das soll jetzt auch mal egal sein. Und da oben ist safe jemand. Und. Und gut. Das heißt. Überleben. In die Zone. Ohne. Und so schnell nicht mehr kriegen. Oh. Das soll erst mal 2 Minuten 50 die sprechfreitliche. Ruhe vor dem Sturm. Hm. Hm. Wir gehen dann. Ah. Ich mag hier einfach mal die Mitte. So. Hm. Da war schon jemand. Möchte ich. So sonderlich überrascht. Bin ich da deswegen jetzt auch nicht. Wenn ich ehrlich bin. Das war klar. Hier noch was drin? Ne. Wurde schon geöffnet. Hier war auf jeden Fall schon jemand. Meine Güte. Was ist denn da dieser Motorradfahrt? Was macht denn der? Ich glaube ich laufe hier im Kreis. Ja. Ich laufe im Kreis. Ah. Mein Auge. Ich glaube da muss ich wieder vorne raus. Ja. Ich glaube. Ah. Ist so eine Pistole. Wow. Gut. Gehen wir einfach wieder weg. Ja. Scheint ja zum Glück niemand gewesen zu sein. Da kommt der Sturm. Hm. Mein Spawn hat mir wirklich Glück. Da war. Niemands. Was ich mir noch wünschen würde, wäre ein paar Schuss mehr für die Snipe. Wäre ich mal gespannt. Da leben ja nur noch 26. Sprich 25 Gegner. Sprich. Drei Viertel der Leute. Außer falsch. Sind eigentlich. Und tot. Und. Ja. Ich glaube das ist das. Das habe ich hier gemacht. Okay. Ich glaube das ist das. Hinauslaufen wird. Wo ich meinen Marker hingesetzt habe. es ist auch gut wenn wir diese Hacke verschieben können. Aber meine Güte man kann ja nicht ja anders haben, ne? Es ist auch gut wenn man diese Hacke verschieben kann. Da war doch jemand. Das war nur Spiegelung. Komm, die falsche Taste. Und ich... schleiche mal während ich sprinte. Glocken. Hier hin. Wäre gut, das ist ja schnell vor uns. So was hatten die Karte von der Zoom-Stufe da links. Ist da jemand, ist da jemand. Da ist jemand. Ich hab keine Ahnung. Ja, da ist jemand. Der baut sich ein Haus. Na gut, soll er. Ich werd mich jetzt... Ich werd mich jetzt hier einfach verschanzen. Und ja, dann warten wir mal ab, ne? Ich hoffe, dass ich in die Top Ten komm. Hallo? 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 Und da redet der Konstantin uns rein. Ich bin mit dem übrigens gerade im Discord, weil wir gleich streamen wollen. Ah ja. Ich bin nämlich gemutet deshalb, weil ich am Aufnehmen bin, dem ich zuhören wollte. Ich weiß, ob ich mich gemutet habe. Ich weiß, ob ich mich gemutet habe. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich da jetzt rüberlaufen werde. Aber wenn ich da jetzt rüberlaufe, werde ich's bereuen. Und da ist ungefähr die Mitte. Also da. Aber ja. Ich bleib erst mal ein bisschen hier. Und schau, wo die Zone hingeht. Das Auge des Sturms. Ob wir immer noch unsere Ruhe haben. Nee, haben wir nicht. Oh, das heißt, wir müssen jetzt da rüber. Das da. Oh, Mann. Kann ich da rüber? Ja. Cannonpostkumpus. Oh, Mann. Yes. Oh, Mann. Oh, mach. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, Mann. Ja gut, ich bin einfach mal hier hinter, bin ich im Schutz der Felsen, aber ich bleibe hier, ich bleibe hier einfach mal da hoch, in der Hoffnung, ach ich bin, ich bin gerade schon, dann muss man so, meinen Puls will ich jetzt gerade nicht wissen, was ist der von vorher, mal schauen, was er jetzt gerade treibt. Und jetzt wird die Zone gerade klein, ne? Ganz schön, richtig. Wann ist hier noch was dran? Ja, Sturm, komm. Mit dem komme ich nämlich besser klar. Das ist mit so ner Shotgun. Und so langsam ist dann brenzlig für unseren Freund da unten. Ich will jetzt nicht wissen, was treibt. Wahrscheinlich geht die Zone jetzt wieder da rüber. Oder geht die Zone da rüber. Da ist noch ein Ziegelstein. Gut, ja. Was mit da her. In der nächsten Zeit haben wir ja noch. Darum ist einer. Alexander. Heile heile heile. Nein, 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 nein! Ah! Verdammt! Ja. Naja. Siebter Platz. Nicht so schlecht für... Also, wie gesagt, ich hab das Spiel noch nicht so oft gespielt. Ja. Yo. Naja. Das war's jetzt mit... Das war's jetzt mit dem... Mit der Runde. Ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Meine Güte, hört auch auf zu schießen. Das ist auch so laut. Auf jeden Fall... Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns in einem kommenden Video. Und ja. Bis dann. Tschüss.